Es ist offensichtlich noch nicht alles verloren. Einerseits die Charttechnik scheint weiterhin einigermaßen zu klappen, zumindest mal die Chancen etwas sichtbar zu machen, wo Marktteilnehmer hingucken. Das haben wir hier offensichtlich beim Dow Jones. Hier der September Future-Kontrakt, wenn wir da drauf gucken, dann sehen wir, dass wir hier auf Tagesbasis ja einen Rücksetzer hatten und der ist eben in eine Clusterzone eben reingelaufen. Nicht, dass das eine Garantie für einen Dreh ist. Um Himmels Willen geht niemals davon aus, nur weil hier ein bisschen bunte Linien liegen. Das sieht zwar hübsch aus, kann aber auch eine Nebelkerze sein. Entscheidend ist aber, hier denken Leute nach. Die Linien sind ja nicht aus purer Jux und Dollerei, sondern es sind halt typische Marken, wo Leute ins Grübeln kommen. Und je mehr Marken eng beieinander liegen, was haben wir hier? Wir haben die gelbe 1 zu 1 Projektion, also das, was wir hier vorne haben als Abwärtsbewegung, hier hinten nochmal. Wir haben die 38er Fibo-Marke. Auch die ist jetzt nicht ehren, aber sie ist eine klassische Marke, wo Leute sagen, das war es ja schon ganz schön viel. Und wir haben die blaue Extension-Marke hier, das ist einfach die Gegenbewegung hier gemessen. Das heißt, wir haben hier drei Marken eng beieinander. Noch dazu eine schräge Linie, in dem Fall aus dem Trend, die Oberseite markiert. Die Unterseite ist dann ungefähr das hier. Wenn man es ganz genau zeichnet, wäre es sogar noch einen Millimeter höher. Aber daran seht ihr schon, da liegen jetzt mehrere Marken. Einige sagen auch, das ist eine Kreuzunterstützung, nennt es wie ihr wollt. Wichtig ist nur, viele Leute sagen, mal gucken. Und wenn die Verkäufer sagen, ich verkaufe jetzt erstmal nicht mehr, sondern ich warte mal ab, dann gibt es eine Chance für einen Dreh. Und da ist es jetzt entscheidend zu sehen, ob das dann eine deutliche Bewegung ist, eine scharfe Bewegung, die sich daran anschließt. Wo man wirklich sieht, die haben wirklich Lust, die wollen auch wieder. Oder ob das dann so, ich weiß nicht so richtig. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was ist da draus geworden. Hier das, was wir im Tageschart sehen, hier unten drunter mal geguckt, das ist im 15-Minuten-Chart. Egal, welche Zeitebene ihr am liebsten handeln wollt, aber so habt ihr schon mal eine Aufteilung, ah, okay, wie sieht das Ganze aus. Und jetzt Frage an euch da draußen. Ist das eine scharfe Bewegung oder ist das eine Mimimi-Bewegung? Das ist jetzt kein Fachbegriff aus der Trader-Szene, aber es ist zumindest mal nicht zögerlich. Und ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll, sondern das ist ein, ich will das Ding jetzt haben, fertig. Also ganz klar ein Kaufanzeichen. Soll man jetzt noch kaufen? Ich weiß, viele sagen dann, ah, cool, dann kann ich ja jetzt einsteigen. Klar, kann man jetzt einsteigen, aber ich persönlich ziehe es vor, das ist jedem natürlich selbst überlassen, dann zu sagen, cool, jetzt hat er ja gezeigt, dass aufwärts ganz gut ist. Ich bin also von der Aufwärtsrichtung vorläufig, vorläufig wohlgemerkt, überzeugt. Also am Produkt liegt es jetzt nicht, jetzt liegt es für mich noch am Preis. Ich bin doch Händler und als Händler will ich immer einen besseren Preis haben. Ich gehe nur irgendwo hin als Händler und sage, oh, ist gerade teuer wieder geworden. Ja, super, dann nehme ich. Sondern mein Begehr ist als Händler, ich sage, oh, das ist aber ein cooles Ding. Ja, aber Leute, nicht für den Preis, macht mir ein Angebot. Angebote sehen typischerweise an der Börse so aus. Wir wollen ja auch nicht, dass die dann einknicken und sagen, was, du willst einen halben Preis? Ja, zack, kommen wir dir entgegen. Nee, das ist doof. Sondern, was, du willst so gesehen? Nein, niemals. Es soll ein ewiges Hin und Her sein zwischen Käufer und Verkäufer. Aber hin und her sieht eben so aus. Also insofern, das wäre für mich genau das Richtige, um heute Nachmittag zu sagen, was war die starke Richtung? Was war die schwache Richtung? Also die Richtung, die man sozusagen dann nochmal mit sowas wie mit dem Trendkanal so ein bisschen einfangen kann. Einfach, dass man sieht, okay, das ist wohl die schwache Bewegung. Und dann habe ich für meinen Geschmack einen möglichen Entry Trigger schon gefunden, nämlich, dass wir das, was wir hier vorne haben, weiterhin oder wieder bekommen, wenn wir das alte hier da nochmal nach oben toppen. Also so einfach ist das Ganze schon. Wenn man jetzt sagt, das ist doch Hokus Pokus. Naja, wir gucken einfach eigentlich nur darauf, wie sind die Stimmungen da draußen. Und anstelle von bei den ganzen großen Playern im Markt anzurufen und den kleinen noch dazu und zu sagen, hey, sag mal, wie tickt denn ihr gerade? Gucken wir drauf, er machten die da gerade? Und hier sieht man ja, wie die Stimmung ist. Und wenn die Abwärtsstimmung eben nicht stark ist, ja, dann ist das eine ganz klare Aussage. Was ganz doof ist, was natürlich auch vorkommt, wir können mal auf den Chart rechts schielen, dass hier jetzt so eine Abwärtsbewegung kommt. Das hatten wir hier auch. Ja, aber das kann doch sein und danach geht der Kurs trotzdem nach oben. Das ist richtig. Das ist, sagen wir mal, die Schwäche dieses Ansatzes, weil ich nach diesem Rücksetzer erstmal sagen würde, ich kann da nichts tun. Ich würde in dem Fall nicht auf die Idee kommen, hier auf die Longseite zu gehen, genauso wie ich hier nicht auf die Idee gekommen bin, hier auf die Longseite. Ja, siehste, hast du verpasst, das ist goldrichtig. Solche Bewegungen verpasse ich, es sei denn, dass man hier dann auf einer kleineren Ebene vielleicht, dann hier sieht man es im 4-Stunden-Chart nochmal so ein bisschen, einen Schub hoch und was Wackeliges runter, dann kann ich das natürlich wieder handeln und ihr seht, es ist wieder das gleiche in grün, nein, in blau in diesem Fall. Also, ihr seht, das Prinzip ist ein relativ einfaches, es ist sehr nachvollziehbar, es hat auch nichts mit Hokuspokus oder sonst irgendwelchen Sachen zu tun, sondern einfach nur, wie ticken die Marktteilnehmer, ticke ich da ein bisschen mit oder klinke ich mich da vorläufig aus, bis ich wieder weiß, was passiert. Also, kommt nachher das, dann bin ich erst nochmal wieder raus aus dem Deal und gucke, ob wir höchstens diese Bewegungen wieder bekommen und ihr könnt erahnen, dann wäre ich vorläufig auf der Short-Seite erstmal wieder unterwegs, mehr wäre dann noch machbar. Allerdings haben wir eine ganz gute Unterstützung jetzt hier, die Marktteilnehmer haben es wahrgenommen, deshalb sehe ich gar nicht so schlechte Chancen, dass wir vorläufig erstmal im Bullenmarkt unterwegs sind. Lasst euch das bestätigen und ihr habt eine ganz klare Idee. Gucken wir auf dem S&P 500, dann müssen wir da nicht großartig anders reden, mit einer Ausnahme, dass hier das nicht so schön am Cluster ist. Siehste, siehste, klappt nicht immer. Ja, das ist schon richtig, aber es ist ja keine Garantie, dass exakt an so einer Marke der Kurs dreht. Aber wenn er denn nun mal dreht und dann eben entsprechend so eine Bewegung macht, ihr kennt das Spiel, müssen wir eigentlich nur hier warten. Ihr habt das hier im Kleinen natürlich ganz genau so gehabt, wie vielleicht im ganz Kleinen, wer hier im Minutenschaden unterwegs ist, der hat dieses Verhaltensmuster da ja auch wieder gesehen. Wenn wir es jetzt hier in der größeren Ebene kriegen würden, cool, dann haben wir doch die besten Voraussetzungen hier, da nochmal nach oben zu gucken. Also gar nicht so schlechte Voraussetzungen. Ist damit die Abwärtsseite komplett abgefrühstückt, können wir jetzt also sicher sein, dass es jetzt weiter nach oben geht. Und das ist so ein Thema an der Börse. Sicher sein ist immer was ganz Doofes, auch wenn man das so gerne hätte. Und ich weiß, dass viele immer sagen, ja, aber du musst dich da doch mal festlegen. Ich will nicht das alte Mantra, was ich letztens schon mal erwähnt habe, wieder nach vorne bringen. Ich muss mich gar nichts. Aber ich muss damit rechnen zumindest mal, dass wir vorläufig erstmal auf dem Weg nach oben sind. Eine Alternative wäre eigentlich, wenn wir wackelig runterkommen, dass wir nochmal bis hierhin erstmal laufen und vielleicht danach nochmal runterkommen. Dieses Bild lässt sich noch nicht von der Hand weisen, aber das Schöne ist, nach dieser Korrektur, und jetzt zeichne ich die hier mal hin, nach dieser Korrektur geht es doch einmal erst nochmal nach oben wieder. Geht es doch einmal erst nochmal wieder nach oben. Das heißt, wir haben eine realistische Chance. Vielleicht müssen wir das Ganze ein bisschen höher noch ansiedeln, wo dann die tatsächlichen Drehs stattfinden. Aber dass wir in diese Richtung da nochmal kommen, wäre, wenn das hier tatsächlich passiert, eigentlich eine recht realistische Geschichte. Aber das hängt natürlich stark auch von dem Ausmaß hier ab. Deshalb lasse ich euch jetzt den Spaß, ein bisschen das mal mit zu verfolgen, ein bisschen nachzuvollziehen. Es ist noch nicht gesagt, dass die Bewegung nach oben schon gänzlich um ist. Es ist aber auch noch nicht gesagt, dass wir jetzt hier massiv nach unten weitergehen. Das ist noch in der Schwebe tatsächlich. Und all das, was wir jetzt hier sehen, ist weder geeignet, den Bullen den Mut zuzusprechen, Nee, ab jetzt kann es nur 4.500 beim S&P und genauso wenig, wie es für die Bären ist. Es muss jetzt unbedingt auf 4.000 oder noch da drunter gehen. Aus meiner Sicht können wir vorläufig immer nur diese kleinen Stückchen jetzt erstmal sehen und von denen dann handeln. Große interessiert das sowieso nicht. Die sagen, ist mir egal, alle kleinen Bewegungen filter ich eh raus. Nur wenn er jetzt hier drunter geht, dann müssen wir halt nochmal überlegen, ob wir da noch drin bleiben wollen. Ja, ist nachvollziehbar. Also guckt, welcher Zeitrahmen für euch da der sinnvollste ist und setzt dann entsprechend eure Ideen um. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als viel Spaß und das glückliche Händchen dann auch nicht auf genau den Markt zu gucken, der dann ein hässliches Bild, also ein unentschiedenes Bild dann eben zeigt, sondern einen, der dann dieses ganz klare Verhaltensmuster dann euch auch präsentiert, damit ihr das umsetzen könnt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.